Früher regnete es auch, aber das darf man ja heute nicht mehr sagen. In Fäden regnete es, bis es aufhörte. Heute gibt es die Wettervorhersage. Jeden Abend, jeden Morgen, jede halbe Stunde, jede Sekunde gibt es die Wettervorhersage. Ständig aktuell und aktualisiert. Früher schien auch die Sonne, blendete die Augen. Heute gibt es die Sonnenbrille. Früher stürmte es, Äste brachen auf den Champs-Élysées. Früher fiel Schnee und es hagelte auch und der Wind wehte. Heute gibt es an jeder Ecke die Apotheke. Mit Erkältungsbalsam.